Ich muss das mal kurz abchecken, dann gehe ich doch direkt in den Baumodus hier. Und ich gucke die ganze Zeit hier in den Facebook Messenger, das macht der Gewohnheit einfach. So, dann gucken wir doch mal, ähm, treppe, wendeltreppe, so. Hallo? Kann ich hier keine wendeltreppe platzieren oder was? Achso, war da gerade was? Ah ne, das war nur dieses Ding. Treppenkatalog. So. Warum habe ich jetzt die Treppe gekauft? Die ist toll hässlich. Ähm, ich wollte eigentlich nur gucken, ob da eine Treppe überhaupt hinpasst, also ob das theoretisch geht. Ähm, hallo, Treppe? 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 Hallo, Treppe? Vielleicht, äh. Mal zur Aufwechslung. Hand, Handtool. Willst du mich verarschen? Nicht das Sofa, die Treppe, verdammt. Kreisverkehr, Treppe, was ist das für ein Scheiß? Ähm, ich kann die Treppe nicht auswählen. Ja, willst du mich verarschen? Ungefähr, ja. Hallo? Okay, dann haben wir jetzt halt hier eine Treppe. So, die führt hier oben rein. Und, ähm, haben wir schräge Fenster, also so Dachfenstermäßig. Ich meine, irgendwie musst du irgendwas, musst du ja hier, ich weiß gar nicht, ob das hier geht. Ah, hier können wir Fenster einbauen, wa? Hier müsste es doch gehen. Ähm, da können wir sogar, äh, normale Fenster, dann nennen wir so Kabuff-Fenster hier. Ja, äh, hallo? Geht wohl nicht. Okay, ja, ja, ich hab's verstanden. Ja, ist okay. So. Gut. Kaufmodus. Also gehen wir mal nach Funktion sortieren, dann gehen wir... Le Hobby, müsste das ja sein, Unterhaltung mäßig. Hobbys und Fähigkeiten. Was man ja alles kaufen kann. Fußball, Fußballtisch. Unbedingt. So, Hobbys und Fähigkeiten. Der Junge braucht eine Staffelei. Ich kann hier oben nichts hinsetzen. Decke zunähtlich, verdammte Scheiße. Scheiße. Ach, ich brauch den Bulldox-Avorschlag, aber um die Treppe zu entfernen, richtig? Witzig. So. Ähm. Okay, das geht schon mal nicht. Scheiße. Das Decke zuniedrig, da dachte ich, da passt das vielleicht hin, aber... Ja, okay, das ist natürlich wirklich, äh, bitte. Jetzt ist da so ein Loch in der Decke. Die wollen mich doch verarschen, ne? Boden. Ja, hier sind Vögel. So, dann haben wir halt Teppich da oben. Ich hab jetzt keine Lust, den Einheitsboden dafür da oben zu suchen. Ach, Katsch-Live-Modus. Drauf geschissen, sieht natürlich scheiße aus da. Ähm, ich kann auch hier auch das Dach ändern, ne? So ein trauriges Flachdach draus machen. Warte. Vorstack haben wir. Zack, zack. So. Oh Gott, ey, jetzt werde ich noch bereuen. Naja, das kann ich nicht machen. Ähm. Flachdach. Das meinte ich. Äh, warte, warte, hier. Ja, das ist hier natürlich. Alter, was ist da denn? Warte, das ist kein China-Tempel hier. So ein Schwachvogel. Hm, genau. Walmdach, sehe ich genau so. Ich ziehe erst mal die Wände hoch. Warte mal. So, Wände. Jetzt ziehe ich mal so ein paar Wände hier hoch. Dann machen wir einfach einen zweiten Stock drauf. Mein Gott. Ich hoffe, dafür reicht das Geld. Huch. Hallo. So. So rum. Gut, dass wir während so viel Geld in die Kasse treibt. bringt hier. So. Die Wände werden gleich noch gemacht. Keine Angst. So. Dann Lüder. Ähm. Was war denn das gerade, was ich eben hatte? Walmdach, genau. Kann man nicht machen. Ja, jetzt müsste ich das Dach von eben wieder haben, ne? Satteldach. Das sieht so scheiße aus. Ich kann keine Dächer setzen. Das einzige, was ich kann, sind Flachdächer. Mach mal ne Dachterrasse irgendwann. Irgendwann können wir irgendwie ne Dachterrasse machen oder so'n Scheiß. So. Einmal bitte runter. Hallo. So. Oder nochmal hoch. Warte, wir müssen jetzt... Ach ja, jetzt sind wir jetzt hier wieder in den Baufolgen drin, ey. Ich dachte, ich hätte es überlebt. So. Wände. Was ist denn hier dran? Irgendein Stein, ne? Ähm. Mauereinstellungen. Ne, das nicht. Fliese auch nicht. Quatsch. Mauer hier. Ähm. Und das hier. Ja, das ist es sogar. Oder? Ne, das ist heller. Muss ich verarschen? Och, seriously. Scheiße. Nein, ich will ja nicht jetzt 25 Wände übereinander haben. Was ist die? Nein. Warte, dann mach mal die hier unten hin. So. So hat das Haus neu gestaltet. In your face. Sieht natürlich dann hinterher total scheiße aus. Das schaust da echt schnuckelig aus vorher. Jetzt baue ich hier wie so'n Bekloppte durch die Gegend. Und es sieht total behindert aus am Ende. Wahrscheinlich ist es auch noch total unfertig, weil ich nicht genug Geld in der Tasche habe. Aber das ist das Problem, wenn der Vianden rumjörbelt. Und sich unbedingt dabei haben will. Dann haben wir natürlich so'n Problem. So. Gut, da kommt die Vianden vorbei. Zieht ein hier. Und macht da erstmal ne neue Fassade. Ist wieder typisch. Dem kann man's ja nie recht machen, ne? So. Und zack und zack. So, dann machen wir hier oben. Äh, machen wir dann die Wand hin. So. Oder sieht das aus, wenn wir hier auf beiden dieses mit diesen Giebeln haben. Oder mit diesem. Aber das kann man eigentlich anbieten. Ist okay. Ich dachte, das sieht vielleicht nicht so aus, aber okay. Jo, Dachterrasse ist okay. So, dann kriegt der Vianden oben sein Reich. Dann hat der oben seinen Room oder Dustin kriegt oben den Room. Oder mit zwei Teilen das. Keine Ahnung, dann brauchst du nicht immer da unten in der Menge drin sitzen. Der ist ja ein bisschen, äh, lebt ja ein bisschen zurückgezogen, ne? Ähm, so. Joa, Geld reicht noch. Alles easy peasy. Reischer Kerl der Vianden. So, einmal wieder runter, runter, runter. Hm, ja, dann müssen wir hier auch ein bisschen umgestalten, ma? Na, ist egal. Jetzt gehen wir schon hin. So, gehen wir wieder Richtung Treppe. So, was ist das mit dieser Wendeltreppe hier? Ich will so ne coole Wendeltreppe haben. Verdammte Scheiße. Wieso geht das nicht? Wieso, wieso, wieso hab ich diesen, diesen Button da, aber kann keine verdammte Wendeltreppe machen? So, die Treppe wollte ich eigentlich haben. So, kann ich jetzt hier, hier und die Treppe auswählen? Und ich verstehe das nicht. Ist auch egal. So. Ähm. Jo, Treppe da. Ich sitze hier halt mitten im Raum, aber drauf geschissen, das kriegen wir schon hin. Gut, ähm, äh, oben. So, ähm, Boden. Äh, oder Fenster, oder ich weiß es nicht. Ich hab' keine Ahnung, was sind das für Fenster? Der Wahrheitstrenner. Äh, die hier. So. So. Und. Dreh dich doch mal weiter. So. So. Und. So. Und nochmal gedreht. Dann machen wir das schön symmetrisch. Nach innen. Nach innen. Und hier ein Fenster. Und. Noch wirklich wenig Fenster, ne? So, aber egal, muss ja nicht drehen, ist ja klar. Und. So. So, ich weiß nicht, ob ich hier da vorne so viele Fenster haben will, ehrlich gesagt. Da sind ja drei, irgendwie. Aber die Symmetrie wegen eigentlich müsste ich's, ne? So. So. Und Fenster breit nach innen. So. So, wie sieht das aus? Oh, kann man machen. Ich glaub, das sind andere Rahmen, oder? Ist das richtig hier, oder ist das nur dunkler? Äh. Ach, scheiße, ist da geil. Oben sieht's halt anders aus. So. Mh. Ach, Göttchen, ach, Göttchen. So. Äh. Jo, ist ja ganz schön groß hier oben. Also hier drin. Da können wir auf jeden Fall Zweiteilungen machen. Wie ist denn die Raumaufteilung hier unten? Da Ecke Klo, da geht's nach draußen. Hier ist ein Zimmer. So, weißt du was? Jetzt ziehen wir noch ein paar Wände. Mach mal die Raumaufteilung mal so. Also. Hier ist ne Wand. Und die Tür dazu ist... Huch, ich will nicht auf Wand, ich wollte auf Tür. Und die Tür dazu ist... Was haben wir denn jetzt unten für Türen drin? So, weiße, und zwar... Die Tür von Tür und mehr. Äh. Hier. Und zwar die komplett weiße Tür von Tür und... Ja, weißt du, die gibt's schon gar nicht im Sortiment hier. Das ist schon irgendwas anderes. Finde ich schon traurig jetzt. Ja, da kommt halt ein Scheunentor rein. Ne, Quatsch. Schiebetür ist ja auch Quatsch. Ja, mein Gott. Alter, das sagt gerade ein bisschen. Wieso ist denn der weiße Rahmen nicht da? Die mit weißem Rahmen nicht da, ist egal. So. Kommt ne Tür. Rein. Das ist Viandenszimmer. Viandensreich. Da kriegt er jetzt noch nen schönen Boden rein. Was hat denn so ein Maler und so auf dem Boden? Erdteppich, oder? Also, naja, malen nicht. Ob so ein Künstler hat er eher Teppich, ne? Ach, weißt du was? Laminat, Laminat geht immer. So. Nicht dieses Laminat, das ist hässlich. Nicht dieses Laminat, das ist auch hässlich. Alter, haben wir kein schönes Laminat? Wo ist das denn hier? Ah, das ist schön. Das geht. Gut. Wandbeläge. Was ist denn bei Verschiedenes? Kommt mal da. Ah ja, nee. Einfach Wand anstreichen, oder? Tapete? Alter, einrichtungstechnisch bin ich bei Sims immer. Hallo? Ach du Scheiße, nein, das kann man nicht machen. Bin ich immer der größte Noob, ehrlich gesagt. Felsen und Stein, Verkleidung? Ne, Holzverkleidung wollen wir jetzt auch nicht. Tapete ist eigentlich schon ne gute Partie, aber die Frage ist natürlich, welche Tapete? Geht die hier? Alter. Das sieht alles scheiße aus. Weißt du was? Der sieht hier sowas mit so ne Zierleiste oben. Jowo, das geht doch. Sieht das bescheuert aus. Ja, aber er ist ja Künstler, das ist alternativ. So. Hatte es einen Blue Room da drin. Boden hier, komplett im anderen Bereich. So ein helles Laminat. Erstmal generell. Ne, das Laminat sieht scheiße aus. Alter, ich bringe dieses Spiel noch irgendwo da um. So, und das, ja. Kaum Unterschied zu vorher. So. Gut. Ähm. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt hierhin mache. Vielleicht irgendwas anderes. Ist egal. So, gucken wir jetzt mal, gehen wir in den Kaufen. Jetzt haben wir nicht mehr viel Geld, aber wir müssen ja noch ein bisschen was machen. So, huch. Ich wollte nicht zoomen. Ich wollte hier hinklicken. So, erstmal nach Raum, nach Zimmer sortieren und dann gehen wir mal in das Schlafzimmer. Dann kriegt der Kerl ein Bettchen. So. Und das Fenster am besten. So, jawohl. Äh.